Im heutigen Video teste ich den veganen Protein Bar von Atlas Smart Snacks in der Geschmacksrichtung Macadamia Fudge. Die Riegel ist sehr schlicht mit einer dunklen Schokolade umhüllt und duftet vorwiegend nach Schokolade, aber auch ganz fein nach Vanille. Unter der sehr dünnen Schokoladenschicht befindet sich eine mega weiche Proteinmasse. In dieser befinden sich auch noch sehr viele gehackte Macadamia Nussstückchen. Die Riegel schmeckt super lecker wie ein sehr feiner, nicht so süßer Vanillekuchen. Die Konsistenz ist so mega weich, dass man echt das Gefühl hat, man würde einen saftigen Kuchen essen. Die Macadamia Stücke haben eine leicht knackige Konsistenz, was dem Ganzen im Gesamten eine nette Abwechslung gibt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich von diesem veganen Riegel sofort ab dem ersten Bissen extrem begeistert bin, weil er keinen komischen Erbsenproteinbeigeschmack hat oder einen sonstigen pflanzlichen Beigeschmack. Man merkt überhaupt nicht, dass es sich hier um einen veganen Riegel handelt. Also von meiner Seite her kann ich diese Sorte definitiv mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen.